Freuen Sie sich auf Ute Freudenberg im Oktober. Hier auf Goldstar TV erleben Sie mich in allen Facetten, ganz persönlich im Gespräch und live auf der Bühne. Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum ist Ute Freudenberg zu Gast bei Sonja Weißensteiner, hautnah bei Uwe Hübner und als TV-Premiere live auf der Bühne mit Willkommen im Leben, dem Konzert aus der aktuellen Tournee. Seien Sie dabei, nur auf Goldstar TV. Alles Schlager.